Das grosse Prominenten-Special. Heute mit Rainer Maria Salzgeber. Er hat mir eigentlich die WM 1994 in Amerika versaut. Ja, sicher nicht. Was für ein schönes Rocklick. Im 94. habe ich immer noch beim Radio Roto gearbeitet. Du bist nicht ganz unbekannt in der Fussballszene. Man kennt dich. Überraschst du uns heute mit etwas ganz anderem? Jawohl, ich will heute bei der Bayazou spielen. Also du willst etwas ausbrechen aus der Fussballer-Fankurve? Und dann etwas für das Feuilleton machen. Das ist ja so. Das ist ja so. Es steht um ein Quiz. Plötzlich wirst du eine Jass-Sendung moderieren. Ich habe schon ein Zeit, aber schon mal eine richtig schöne Nummer. Ich freue mich drauf. Das ist ja so. Überrascht mich, es war gar nicht so schlecht. Ich habe nicht gesagt, es war wahnsinnig, aber ich habe nicht viel von dir erwartet. Also nein, ich finde gut, was du machst, ist schon ein bisschen zu knapp. Aber ich komme gerne am Stadion nur für dich. Egal ob die Schweiz immer verliert. Für dich komme ich. Danke Christoph, mehr hätte ich euch eigentlich gar nicht wollen. Fühl dich geehrt, dass dich alle wieder in ein Fussballstadion wollen. Danke schön. Danke schön.